Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Aufnahme im Let's Play Minds, das wird wahrscheinlich einen der kürzesten von Ever, zusammen mit dem XRP und Christian Lern im Hintergrund. Hallo, was geht los nach dem Intro? So, da sind wir und ich schaue erstmal auf EU1 Public. Wir schaue einmal durch. Wir sind gerade nach dem Livestream, wo so viele Leute zugeguckt haben. XR nix auf EU1. Ja, dann mach Koma-Kluck. Nein, mach ich nicht. Der beste Livestream ever. Ich hab nicht. Ich hab nicht. Übrigens XR haben wir kein Essen, ne? Das ist richtig geil. Ich kann nicht mal rennen. Und welche haben wir die Flach gelegt? Ich kann nicht mal rennen. Ich freue mich gerade. Eigentlich nicht, aber egal. Was bleibt, was? Ich kann nicht mehr rennen. Ja, meine Wette war auch unfair. Nein. Aufs Spoiler, ach so. Okay, bist du draußen? Die zwei Reden sind gegen die zwei Besten. Also die zwei Besten. Du bist draußen? Ja, alter Christian, genau. Du bist du bist. Nee, ich hab gesagt, ihr, ihr seid die Besten. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Ist da irgendwer? Nein. Das ist so geil. Wir können beide nicht versprennen. Wir wollen irgendwie betteln, Alter. Alter, das wird so lange dauern. Zwei Stunden initialisieren. Ein Video, was zwei Stunden geht. Das geht doch noch. Ich muss immer zwei Stunden am Stück initialisieren. Wir sind so tot. Wieso haben wir uns darauf eingeloggt? Wurde das wo geschlagen? Bist du ausgelockt? Ja. EO3 und? Niemand da. Zum Glück wird so sterben. Julian kann man dabei denn spielen? Ja, also ich kann bei Spielen, Exo kann ich bei Spielen. Ja, dann kann ich bei Spielen. Beim Renner? Ja. Doch, das geht mittlerweile auf wieder. Ach so. Drei Sekunden. Drei Sekunden, Antis-Helft-Lock out, ja, Antis-Helft-Lock out, ja, Antis-Helft-Lock out. Ich schneide das aber nicht rauf mit dem Server, weil wir laden das ja, Eva, scheint noch nicht rauf. Ja, ich gehe auf die EO4 publikiert jetzt. Ich bin drin. Ja, keines Glaubens. Wir freuen uns das, keines Glaubens. Wir freuen uns das, keines Glaubens. Keines Glaubens. Keines Glaubens. Gezogen werden, das schon machen. Okay, bin draußen. Wenn du vorgeschlagen hast, dass wir das machen, wir machen uns immer noch selbst. Wo wir wissen, dass wir sterben werden, mit der jemand ist. Ja, wir müssen ein bisschen jungen werden. Soll ich euch rein? Ja. Niemand drin. Ja, wir haben überlebt. Und da würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Letzte, vielleicht meinen Sie, die kürzeste Folge ever. Wie viel war das jetzt? Zwei Minuten, drei Minuten? Das, lass das flöschen und dann... Oh, ich werde die Übeltsalter. Was? Lass das flöschen und dann morgen aufnehmen. Nö, das häng ich vorne dran. Also, das war jetzt keine ganze... Vielleicht... Entweder das war keine ganze Folge... Oder... Das war eine ganze Folge und ich glatte einfach so hoch, weil ich morgen keinen Bock hab zu machen. Mann, Alter! Wieso habt ihr mich gekillt? Ich dachte, ihr wollt so sehr rumschreien. Aber egal. Tschüss! Das war's. Das war's. Das war's.